Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und wir let's playen heute mal wieder Black Ops 2 Leute, wie gesagt, in verbesserter Videografik heute und ich hab wieder die MP7 dabei. Oh, wow, der Rächer ist sogar auch dabei. So, wir gehen weiter und schalten noch einen aus. Schön wär's, leider war es jemand anders, der den ausgeschaltet hat. Wir waren das leider nicht. Der Helikopter sieht aus wie ein Grand Theft Auto 4. Wisst ihr, welchen ich meine? Den kriegt man bei der Mission, aber den gibt's jetzt auch im Online-Modus, Alter. Warte mal, ich helf dir mal. Ich mach dir mal 100 Punkte rein, Digga. So. Oh, Leute. War da nicht einer? Da war doch einer. Der ist auch schon wieder weg. Ah, was ich an dem Flugzeugträger einfach cool finde, ist einfach, man kann, man muss die Gegner einfach nur noch, äh, ja, runterballern, sozusagen. Und dann hat man das eigentlich schon geschafft hier. Hier einfach, zack, mit dem Messer ran und dann war's das schon. Und jetzt kann ich jetzt hier einfach ran. Also, heute sind wirklich keine guten Spieler im Spiel. Muss man wirklich mal sagen, es sind viele... Boah, also so eine hohe KD hatte ich jetzt echt noch nie. Also, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich jetzt mal in meiner ganzen Gaming-Geschichte so eine hohe KD gehabt habe. So, aber wir gehen jetzt einfach mal hier in den... Wie nennt man das eigentlich? Flur entlang? Ja, den Flur. Und guck mal, vielleicht finden wir hier noch ein paar Noob-Gamer. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.